Kreazzi, Leute! Willkommen zurück zu einem neuen Part von Castlevania Area of Sorrows für den Game World 1. Ich bin Moonwild und ich begrüße euch zurück. So, im letzten Part haben wir was gemacht. Ähm, ja genau, wir haben ein Endgegner-Platt gemacht, haben uns durch die Arena gekämpft und können jetzt uns in eine Flittermars verwandeln. Das heißt, wir können jetzt fliegen und können neue Bereiche erschließen. Jawohl, genau, das können wir tun und werde jetzt hier erstmal weitergehen. Wo sind wir überhaupt? Wir sind da unten. Das heißt, wir können aber auch hier hoch. Und dann werden wir jetzt mal... Hä? Irgendwie ist das doch verglichen, oder? Na gut, lassen wir uns erstmal hier runterfallen und versuchen dann weiter nach oben. Bäm, bäm. So, ha. Habe ich... Ich habe, glaube ich, schon mal am Anfang erwähnt, dass das meine Lieblingswaffe ist. Ja, die doppelten Schaden macht. Ah. Oh, es geht tot. Wahaha. Zuck. So. Zuck, wir gehen hier hoch. Bäm, bäm. So. Oh, was ist hier? Altes Buch 3. Ja, genau, das führt auch noch zu einem Secret, beziehungsweise zu einem Rätsel. Es gibt drei Bücher hier in diesem Spiel zu finden. Zack. Ah. So, okay, dann gehen wir jetzt nach unten. Und werden mal weiter... Das war's. Sehr erforschen. So. Äh, ja, genau. Äh, au, geh weg. Weg. Level up. So, lass uns mal hier runterfallen. Uhuhu. So, los, fall schneller. So, bäm, bäm. Gibt es hier ein Secret? Nein. Gibt es hier ein Secret? Auch nicht. Ah, hier ist ein Secret. Uhuhu. Oh, eine Katana, wie es aussieht. Oh, Safune. Ich habe, ich habe euch, glaube ich, die Katanas noch gar nicht gesehen. Äh, gezeigt. Äh, wo ist er denn? Da. Mit einer langen Klinge. Und zwar, die sind schon sehr lang, aber... Nö. Wie gesagt, nicht mein Ding. Es gibt aber bestimmt viele, die die benutzen. Äh, Moment. Gibt es hier nicht auch? Was? Habe ich nicht noch den Hammer? Ich habe da noch den Hammer. Genau. Nein. Okay, gibt es nicht. Kein Secret. Nur eins. Okay. Juh, juh, juh. Düm, 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 düm. So. So, geht schon. Wo sind wir? Wir sind immer noch da unten. Dann gehen wir jetzt nach links unten. Bam, bam. Ah, au, au, au. Ah, geh weg. So. Bam, bam, bam. So. Wir lassen uns hier runterfallen. Wir sind jetzt da unten. Okay. Wenn hier mal ein bisschen so lang gehen. Oh, was er endet. Oh, schön. Super Track. Okay. Ähm, ja. Dann gehen wir wieder nach oben. Und dann links, würde ich sagen. So. Okay. Töp, 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 töp. Ah. So, okay. Oh, hier ist er noch. so gelb für mich so aber ich muss natürlich mal wieder den mega umweg gehen los machst du doch schneller so mal so wir gehen jetzt hier lang nieder mit dem niederträchtigen Schleif au geht rot verdammt so wir sind jetzt hier unten und wir gehen werden weiter nach unten gehen wenn wir das können ach ja das Ding stimmt da war ja was genau na gut wir sammeln noch ein bisschen Geld ein was wir alles vergessen haben hier ist ja unglaublich ok ich würde mal sagen wir werden dann mal danach umgehen da ist nach oben nehmen wir nicht erkundet haben da ging relativ flott wir versuchen mal seine Seele zu kriegen aber ich glaube der wird schwer aber wir probieren es trotzdem mal eine Weile so ein paar mal ich weiß zwar nicht genau was der Erzdemon kann aber es ist immerhin ein Erzdemon je mehr Seelen wir jetzt kriegen desto weniger muss ich euch noch erzeugen so komm zweimal probieren wir noch dann lassen wir es geben wo können wir denn jetzt hin wir können zum Beispiel mal nach links und dann dann nach unten so so wir können hier lang ah was was habe ich überhaupt als Seele Strahlskelett wir nehmen mal ne nicht Bifron ich wollte Valkyra oh Mann du Meter ey ok ja genau so ok dann geht es weiter hier lang ah geh weg äh ah nein 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 weg so oah gut ok so wir gehen hier lang juhu tudu tudu so wir gehen hier lang so geht doch wesentlich schneller aber wir wollen doch nach unten weg zack bam ok so mit dem übermächtigen blitzschwert sind die Gegner keine Gegner mehr hm so bam ok so hier waren wir auch noch recht ja du sack he 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 ah ich hasse dieses Vieh so hier gibt es nix willst du mich veralbern zack ach so au ach geh doch geh doch baden so was gibt es hier hier gibt es auch nix das ist sehr seltsam ja natürlich weg so was gibt es hier ah da geht es weiter na oh ja man du blöder sack ok dann gehen wir mal weiter hier lang so wo sind wir jetzt das kenne ich auch irgendwo her aber wir gehen mal hier weiter nach unten so 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 äh so so oh hier können wir speichern das ist schön ok ok so wo sind wir wir sind da unten wow das war knapp wow das war ebenso knapp meine Fresse so was gibt es hier ah hier ist der Riesenwurm und der geht wesentlich schneller als der andere mach schon geht mir oh da war Geld deine Seele du sack ah nein endlich ja bei bewegen es ist kein Wendtp alt bin ich wieder hergestellt warum ist hier nix hm na gut egal hao so oh ja komm schon greif mich an ja oh ja oh ja da bam tot so so Riesenwurm oh heck so wo geht es denn hier lang waren wir hier schon mal ja wir waren hier schon mal au ach ja hier bin ich ja durchgerusht weil die Gegner noch so eklig waren heck äh aber da könnten wir noch weiter hoch wir gehen nochmal da lang oh 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 bam ah ja genau das war ja das Ding so aah never laugh drü ja äh ah ja geht so giftwurm so tot ach ja genau das war das äh gab's denn nicht irgendwo was ja da gab's ja genau ich wusste noch hier gab's das so boing rovinus bär so hier kann man jetzt auch noch hier so ein bisschen hochfliegen und sich die Pistole holen die ich persönlich selber nicht wirklich benutze so so hier gibt's eine Rüstung die werden wir uns jetzt holen und zwar werden wir dafür ähm den Ringel auswählen und die und die ne so und dafür werden wir uns an dem und bämm oh geht das nicht das geht doch hier mit ich weiß es genau hm es sollte eigentlich damit gehen aber vielleicht sind wir einfach noch nicht schnell genug oh oh ok es geht nicht oh das wird knapp jawohl jetzt gerade so ok Rüstung oh falsch Rüstung äh wo ist sie denn hin ever say jawohl 83 erlesen rüstung die Garantit ewig juhu ok ok Leute so damit kommen wir in einen neuen Bereich den wir glaube ich so eigentlich noch gar nicht betreten könnten das ist nämlich der verbotene Bereich hier sind die Gegner glaube ich ein bisschen stärker so bämm so tot tot hehehe wow wirft Gegner mit Schlamm weg wow mach schlag wuhu das ist halt so ein Dingens na ähm mir fällt das Wort gerade nicht ein naja ihr seht es ja das ist ein Schlagring so et cetera ok hier geht wieder so ein regelhafter Sumpfmann so wir gehen hier erstmal hoch weil hier ist es das wäre nämlich der offizielle Eingang beziehungsweise na oh ich hasse diese Gargoyles komm her du Sack so so zack so äh weil müssen wir die Seelen wieder wechseln Großfelder Maus Verküren lassen wir Bundine brauchen wir im Moment nicht Minutaurus bringt Gold ok Leute ich mache ja einen kurzen Schnitt und wir sehen uns gleich wieder bis dahin Leute